Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 3. Juni 2023. Heute feiert Edibe Geburtstag, sieben stolze acht Jahre alt. Wir übertragen jetzt Live-Szenen von der Geburtstagsfeier im Istanbul Hotel. Mini Edibe. I don't like a break. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Was für ein wundervoller Tag. Manche Leute mögen Geburtstage einfach. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Abda Larsenbesch. Der 3. Juni war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten.